Wir sind hier überall der Haftfeld von Romance, Slackgirl und St. Jörgs. Anzuhören von der Mr. Gordy. Und Roby freut sich jetzt gleich auch bei dem nächsten Anlauf der hier stattfielten Jörg. Denn wir freuen uns auf uns, wenn Mr. Gord von PICBD International die Agentur für Promoter, Formats und Dancers sich dann wieder die Heimreichs, Mr. Gordy. Jessica, Magdalena, Koveta und Lania. Koveta und Lania. Und gleich kommen unsere Gäste vom Hakimus am Ezeutреim und wir haben noch eineухende Das ist auch ein Studiogast in der Woche bei Sportfunk, Patrick Watzky wird zu Gast sein, also es lohnt sich ja immer mehr, Sportfunkkrippen hat sich auch mit keinem Spiel, weil gut ist wie der Saison ist, aber auch die reine Kalle, die wollen, tolle Presse jetzt, und meine Damen und Herren, unsere Gäste, die haben eine tolle Saison gespielt, die auch noch 13 in der DKB-Handleute müssen, die Garten an sich verbringt, so früh sichern fühlen, und wir haben auch einen Abstieg in dieser Saison, deshalb kriegen Sie einen Applaus, meine Damen und Herren, für den haben wir die beiden gemeinsam! Applaus 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 Am Ende der Mannschaft der Bayern-Gabäuser. Alle Menschen mit uns hier hinterher und gefühltem Weltkampferreter. Lasst dich nicht klacken, lasst dich nicht auf sein. Die Jungs sind ja hinterher vor, ich kann euch nicht hören. Hier kommen die Mannschaft. Mit Step Nummer 3, U.B. Mit 4.6, Nummer 8. Mit 4.20, Nieders. Unsere Nummer 2, Annie. Mit der 4, Oliver. Die 6, Isaias. Mit der 8, Danny. Unsere Nummer 11, Stefan. Mit der 18, Jarte. Mit der 23, Gils. Die 24, Patrick. Und die 30, Pillion. Mit der 60, Kim Mekdan. Mit der 77, David. Mit der 65, Daniel. Und der Volksländer, heißt Gutmundur. Gutmundur! Und Thomas. Der ehrliche Tatssieger 2020 gibt sich die Ecke und alle Städte Heimau, alle auf der Schichtse, oben, unten, hinten, vorne, links, hinten, 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 hinten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.